und nochmal erstmal licht und jetzt habe ich keine leute hemmung verstehe ich nicht also die arscht neu habe ich noch nicht so oft geschossen wie mit der schrotflinten noch hängig zum baum fest und jetzt den rucksack vorholen doch da war noch was zum heilen habe ich gerade gesehen und zwar nur die dose der deckel so so jetzt hat er nur leutehemmung zwei kugeln eingemochten leutehemmung das heißt ja da muss wohl doch nicht schießen und noch mal komm spring ja noch andere springen so sind sie relativ einfach so wieso hast du wieder leutehemmung ich habe gerade Stäbchen reingeschoben und alle muss jetzt mal was ihnen geklatscht aber ziehen ist gleich was das mal da hinten liegt wir müssen hier weg wir müssen woanders hin aber nicht mal volles Leben nee nee du hast mich nicht gesehen lügt doch nicht rum komm lauf doch schneller du sollst den Rucksack mein 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 wo ist der hin und wo was ist denn jetzt schon wieder was heißt der denn hä wieso ist die gesichert wieso war die jetzt gesichert ich habe sie gar nicht gesichert das soll mir mal einer erklären war 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 Hm, noch sind hier. Oh, okay, nur eine letzte Zeit. No. No, you're going to break it, stop. Where are you? Where are you going? 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 There's another 30 shit. dann aber noch mal zähne am gürtel der nächste polizist angelaufen oder das heißt also das verstehe ich nicht genau mal rückzug Bist jetzt hin? Da läuft er. Komm von da. Die Bäume ist ein bisschen komisch, ne? Also wenn ich den Bäumektur ziehen will, geht nicht, weil... Der Baum hört doch da auf und nicht hier vorne. Vielleicht was zu erzählen. Oh. Ach so, kennen wir schon. So, lassen wir mal schnell hier hinein huschen. Ist natürlich sautdunkel oder alles hier? Hm. Hm. Na, dann schmeiß er runter. Ich weiß nicht, warum es hier drinnen so dunkel ist, obwohl die überall Fenster sind, aber okay. Ist noch nachgeladen. Na, lass doch mal los. Hm. Hm. Hostiges Messer haben sie mal hineingedauern. Sollst die hinten lösen und mir den Rucksack vorholen? Na. Hallo. Mach doch einfach die Tür auf. Hallo. Huhu, Tür. Na toll, die hat er gleich mit dem dicken Bauch aufgemacht. Da oben läuft er bestimmt noch was. Na. Und gar nichts liegt hier. Na. Eigentlich alle Feinde besiegt, oder nicht? Gibt's nicht aus dem dicken fetten Erdhaarofen. also dünnen oder so ist auch nichts drin tun wir irgendwas für uns hier sollten auch ein dokument finden oder haben nicht irgendwas weiß nicht was der so weggeschmissen was sollt's das war auch irgendeiner irgendwo aufgedau Ich habe keine Ahnung für den Test. Ich habe keine Ahnung für den Test. Dokumente sollen wir finden. So schnell wieder läuft es doch ein Polizist. Letzte Dokumente lagen euch mal auf dem Bett. Oh, die Türen sind das hier. Also hier mit den Glitschen, ihre Waffen, es ist... Oh, die kannst du mitnehmen, die eine Mumpel. Die Kiste ist aber neu hier. Aha. Hallo, du solltest das Ding einsammeln. Hat doch schon da einer gespiegelt. Gut, das kannst du ja schmeißen. Das Bohr können wir nicht einsammeln. Wo sollen die Dokumente da sein? In welchem Haus? Die Polizisten sind scheinbar alle weg. Hier lagen sie jetzt mal die Dokumente, genau. Das war wohl hier untenier. Das war wohl hier untenier. Das war hier untenier. Was ist das? Ja, die Kiste ist mir nicht mehr. Die Kiste ist mir nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Das war wohl hier untenier. Ich bin nicht mehr. Das war schon mal. Wir haben die Dokumente. Das war schon mal. das war verfallen dass er jedes mal die waffe rücken schnell was war das alles jetzt schon wir haben keine mehr oder was wollen wir die karte raus sollst du die karte raus holen fertig also haben alle gegner besiegt immer besiegen sollen doch die werden euch immer wer da war letztens der teddybär oben drauf auf der ecke hier sind die komischen fädchen wieder hier das ist auch schon ein problem mit dem fädchen damals war ich noch nicht ich muss dort erzählen hey quit standing there will you you want to starve in the winter no then help me plant kann ich gesehen jetzt mal hier gelesen habe die mussten mal drunter schmeißen schon das war einer du sollst doch hier hoch jetzt im mann da liegen die dokumente na wo bist du hier sind die dokumente hier oben kann man ja schlafen hoffentlich ist meine pistole ich meine meine schrutschen ist ja nicht weg na ich wisse ob 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 na was ist denn nein da wird es doch nur da einer das verstehe ich überhaupt nicht wieder da schießt du hast jetzt wieder die mummel hingetan die waren jetzt alle oder was du nimmst das letztere magazin wir haben wir da nicht wir finden jetzt noch was nein das jetzt hier wollen wir jetzt veräppeln schießt euch die hütten das ist unfair na der fall ist leben oder verder honger na ja nicht schlecht die sind immer noch da naja es ist ja gut das ist eine richtige mannschaft jetzt ist unten ja 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 na 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 so kann ich nicht mehr hier also gegenseitig kaputt kann das sein die machen sich ja gegenseitig kaputt ok und was schmugglesen nur da dann jetzt in den rücken was ja wohl katja ja 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 müssen da jetzt alle hin oder wo seid ihr denn jetzt mit euch muss man nicht rothblende ist jetzt auch nicht weg oder was ist denn jetzt magazin ist leer da läuft doch dann bist du jetzt nicht weggelaufen vom sucher das ist nicht dein ernst und was hat dann gehoben so wie ich es anhört machen diese unten sich selbst kaputt man kann ja noch einsammeln nee lass doch mal die blöde waffe da soll jetzt den rucksack vorholen wer ist mir ab noch drinnen ist das nicht na jetzt sind wir gleich wieder tot alle ladehemmung gehabt also magazin kugel ist hängen geblieben deswegen musste ich jetzt noch mal nachladen vorher bereit machen die war für mich zu schnell sich abnützen hätte ich nicht gedacht also die war erst neu ne also die hat nicht mal so viel einsatz gehabt für die schrothblende was ist nicht so gemacht was gar keinen einsatz gehabt gegenüber der schrothblende nicht hängen bleiben so jetzt speichern wir gleich hier nicht laden so kommt es jetzt noch mal oder was da daneben die Oh, genau hier runter. So, genau, genau, so ist es richtig. Du solltest doch jetzt gar nicht runterfallen.